Herzlich Willkommen auf Revitec. Diese Maschine macht wunderbaren Kaffee, wie auch immer Sie ihn bevorzugen. Die Diongi Kaffeemaschine verfügt über Direktwahltasten sowie einen praktischen Drehregler, über den Sie die Kaffeestärke und Menge einstellen können. Das 13-stufige Kegelmalwerk kann individuell eingestellt werden, es passen 200 Gramm Kaffeebohnen in den Behälter. Der Vollautomat eignet auch für die Nutzung mit Kaffeepulver. Von frisch gemahlenen Bohnen zu einer hervorragenden, intensiv-aromatischen Kaffeevielfalt. Ihre persönlichen Lieblingsgetränke auf Knopfdruck. Jedes Malwerk wird geprüft und kalibriert, für präzises Malen und die perfekte Espresso-Zubereitung. Die Malmenge kann auf eine oder zwei Tassen eingestellt werden. Das Tampern erfolgt automatisch. Werden Sie zum Barista, indem Sie Milchgetränke mit dem manuellen Milchaufschäumer selbst zubereiten. Drei Rezepte auf Knopfdruck, Espresso, Kaffee, Long und viele manuell zubereitbare Milchgetränke. Dank der One-Touch-Technologie ist die Getränke-Zubereitung so einfach wie noch nie. Falls dir das Video gefallen hat, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.